Hallo, mein Name ist Steffi. Ich bin im Elternbeirat von den Weltentdeckern von der Kindergrippe. Da geht meine Tochter, mein Sohn geht oben in die Mittagsbetreuung. Beide Kinder gehen total gerne hierher. Wir sind als Eltern, wir fühlen uns hier sehr aufgehoben, sehr aufgeklärt. Hier wird sehr viel auch mit den Kindern gebastelt, gebacken. Meine Tochter liebt ihre Badebomben, die sie zu Weihnachten gemacht haben. Also es ist einfach toll hier. Ich bin die Annika, auch im Elternbeirat von den Weltentdeckern. Unsere Tochter ist jetzt seit einem Dreivierteljahr hier in der Krippe. Sie liebt es total, erzählt total viel von den Kindern, geht super gern hierher. Und wir als Eltern, wir sind auch sehr begeistert von dem pädagogischen Konzept hier. Die Kinder werden sehr zur Eigenständigkeit motiviert, beim An- und Ausziehen, beim Essen, beim Sporteln, beim Kreativsein. Und das merken wir natürlich auch zu Hause. Dafür profitieren wir sehr. Und ja, wir fühlen uns als Eltern hier immer sehr gut, schnell, unkompliziert informiert. Wenn wir die Kinder abholen, gibt es eine kurze Übergabe. Da werden die wichtigsten Punkte des Tages besprochen. Und wenn man dann das Kind mit einem strahlenden Lächeln entgegennimmt, geht man hier einfach mit einem total guten Gefühl wieder raus und bringt die Kinder früh gern. Hallo und herzlich willkommen in unserer Kinderkrippe Weltentdecker. Mein Name ist Marlen Hieke, Leitung dieser Einrichtung. In unserer familiären Einrichtung gibt es zwei Krippengruppen mit jeweils zwölf Kindern. Mein Team, bestehend aus sieben Personen, pflegen gemeinsam mit mir einen wertschätzenden, achtsamen und liebevollen Umgang mit den Kindern. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei unserem virtuellen Rundgang durch das Haus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.